ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von holy plastic der sendung rund um actionfiguren und action toys alles was das sammlerherz begehrt ihr wisst bescheid ja und was das sammlerherz begehrt das habe ich euch heute mitgebracht ich denke es zumindest masters of the universe das ist das thema übrigens auch die rückseite meines handys worum es heute geht mattel hat wieder zugeschlagen unglaublich unglaublich deshalb weil man sich manchmal zwischendurch fragt was macht mattel sich genau für überlegungen in seiner strategie wir sind zu fieden im moment also da kann man nichts sagen denn mattel präsentiert masters of the universe origins also die geben jetzt die masters of the universe figuren neu heraus im eigentlich identischen maßstab und im eigentlich identischen look wie die 80er jahre figuren natürlich hat es verbesserungen sie können sich mehr bewegen haben mehr gelenke sie sind tatsächlich im maßstab ein ticken größer als die originalfiguren auch so ein bisschen von der grundhaltung her aber es sind es ist eine neue auflage der 80er figuren es ist nicht classic line wer masters of the universe kenne ist und sammelt weiß von was ich rede für alle anderen versuche ich das mal ein bisschen zusammenzufassen und ein bisschen auseinander zu dividieren damit die leute ein bisschen verstehen von 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 was wir hier sprechen masters of the universe war ein riesen knaller es war ein riesen erfolg in den 80er jahren mattel hatte sich damals eigentlich ein bisschen aus notgründen was überlegen müssen auch als konkurrenz oder aus aus antwort auf star wars zum beispiel die große star wars linie damals von kenner und war zuerst ein bisschen erschossen und wusste nicht so richtig in welcher richtung wollen wir sie hat dann sich dafür entschieden einen eigenen brand zu entwickeln eine eigene toyline und das kam heraus masses of the universe wer die entwicklungsgeschichte kennt ist doch immer wieder fasziniert zu sehen wie das am anfang war mit 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 welchen überlegen und und mit welchem aus welchem aus welcher spontanität auch heraus das alles entstanden ist und umso verwunderte das wurde ein mega erfolg dass das wurde ein millionenseller da wurden 400 millionen 500 millionen umsatz generiert allein mit masses of the universe allein in den usa soweit ich weiß und das war in den 80er jahren ich bin damit noch ganz knapp aufgewachsen dann ende 80er jahren also 87 wurde die reihe die originale reihe eingestellt und man wechselte zu einem neuen scale und zu einem neuen outfit der figuren verlegte die handlungen von planeten etternia dann ins weltall also zuerst ging es um he-man und skeletor kampf gut gegen böse auf einem planeten namens etternia mit castle greyskull wunderbares playset und ganz vielen vehicles und fahrzeugen dazu dann wurde das ganze in den weltraum verlegt die serie floppte dann kam eine neuauflage in den 2000en die floppte die floppte so ein bisschen weil es nicht der große blöde aber war auch nicht der durchschlagende erfolg und dann kam die classic line ab 2008 wo mattel sagt jetzt wollen wir es noch mal wissen und die geben seit 2008 diese linie raus eigentlich speziell für die erwachsenen also als adult collection weil sie jetzt wissen die damaligen sammler die damaligen kinder sind die heutigen sammler und haben riesen erfolg damit haben die klasse kleinen größe maßstab herausgegeben als die original figuren dazu auch ein neues schloss jetzt eben auf snake mountain als playset riesen erfolg aber eben es ist auch ein ein sehr kostspieliger erfolg denn diese figuren die sind ab 50 franken aufwärts zu bekommen die älteren von ihnen die kosten bereits mehrere hundert franken beim schloss ist es so dass man bei castle 500 franken inzwischen dabei snake mountain kostet um die 1000 franken also wir sind hier nicht mehr in dem gebiet wo man für seine kinder spielzeug kaufen geht ja mattel erinnerte sich dann zurück und hat dann gesagt okay die die classic line die wollen wir nicht mehr hat die eingestellt super seven ist dann eingesprungen und führt die eigentlich weiter bis jetzt zum snake mountain zukunft ungewiss mattel hat sich jetzt zurück besonnen gesagt was hat uns ausgemacht wir hatten diesen riesigen erfolg in den 80er jahren übrigens garniert mit einer noch erfolgreicheren zeichentrickserie das eigentlich das ding was die figuren dann wirklich bekannt gemacht hat also es wurden nicht figuren basierend auf einer fernsehserie herausgegeben sondern es war genau umgekehrt die fernsehserie diente dazu das spielzeug zu vermarkten ein umstand den auch zum beispiel transform es dann angewandt hat so also mattel hat jetzt einfach gesagt können wir das nochmal und ja offenbar können sie seit ein paar monaten hier bei uns seit letztes jahr in den usa oder seit ende letzten jahres in den usa wurde jetzt die origins wave toy line lanciert das heißt es kommen jetzt im abstand von wenigen wochen oder monaten kommen neue figuren in verschiedenen wellen in die läden und es gibt auch ein neues castle grace carl und es wird auch neue fahrzeuge und vehikel geben was nur nicht so klar ist ist welche strategie genau mattel dabei fährt weil eines jetzt haben wir hier figuren die im bereich von 17 18 19 20 franken sind also eigentlich dasselbe wie damals in 80 jahren auch castle grace carl soll für um die 100 110 franken auf den markt kommen also wir sind im gleichen preissegment unterwegs wir sind in dem segment unterwegs wo das dann auch in den großen ladenketten stehen sollte wie bei franz carl weber oder wie es jetzt schon ist hier in der schweiz bei smith oder bei lustigerweise auch bei interdiscount erhältlich oder bei bei müller so ist also ein produkt das auf den markt kommt dass in eine solchen massen produktion herausgegeben werden muss dass sie alle bedient werden können das scheint aber dann wiederum nicht der fall zu sein weil weil mattel hat spärlich mit mit ausliefern an was das es liegt können wir alle nicht wirklich sagen ob es daran liegt dass es strategie ist dass man den 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 fan quasi hinhalten will und weiß hey schnappst dir wenn du was siehst oder war man auf diesen erneuten erfolg nicht wirklich vorbereitet dann wäre es dasselbe wie in den 80er jahren denn damals war mattel auch nicht vorbereitet was ich mir kaum vorstellen kann dass man zweimal denselben fehler macht wenn man ja an sein eigenes produkt glaubt darum sind wir ein bisschen überrascht und wir können die die strategie nicht wirklich nachvollziehen ich dachte zuerst auch es ist ein problem auf dem deutschen markt also dass wir schweizer läden oder in deutschland oder im umliegenden ausland die figur nur spärlich bekommen weil es halt ein us amerikanisches produkt ist aber nein ich weiß jetzt auch aus usa selber dass sie auch dort nicht nicht geliefert bekommen es gibt toy stores sie sind voll davon es gibt toy stores sie sind voll mit den drei gleichen figuren es gibt toy stores die haben plötzlich alle drei wellen drin also die haben die haben aus zwölf figuren die man auswählen kann oder 15 figuren inzwischen schon manchmal werden kartonvolle figuren geliefert manchmal werden nur zwei also manchmal kommen zwei pakete hier in der schweizer an mit acht figuren und die sind dann in der kürzesten zeit natürlich vergriffen man weiß nicht genau was 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 mattel damit bezwecken will und ob das ob das wie gesagt eine strategische überlegung ist oder ob sie von ihrem eigenen erfolg war jetzt natürlich alle rufen danach wir wollen diese sachen bei uns im regal haben ob sie da mit der lieferung einfach auch nicht nachkommen auf jeden fall es gibt inzwischen auf den social media kanälen quasi täglich fotos und postings von masters of universe fans die sagen hey hier habe ich diese figur bekommen hey hier gibt sie bei müller gibt es noch zwei oder auch in amerika hier in dem bundesstaat habe ich in diesem shop das und das ergattet das ist natürlich schön weil das macht mobil die 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 fans unterhalten sich miteinander aber natürlich war ja schön wenn man wie bei lego oder playmobil oder einer ähnlichen marke irgendwo reingehen könnte und man weiß hier ist das regal mit lego da finde ich meine sachen das ist bei masters of universe zurzeit nicht der fall da muss man wirklich suchen gehen wir haben hier jetzt vier figuren sodak roboter shira merman es gibt natürlich auch beastman skeletor he-man ist jetzt ein bisschen bildet dazu es gibt auch schon ein set mit prinz adam und skyslet es gibt pantor es gibt battle cat also man ist da wirklich daran in einer kurzen zeit möglichst viel auf den markt zu werfen und das castle grace kann wie gesagt ist bereits angemeldet das sollte tatsächlich auch schon im april hier in der schweiz erhältlich sein das werde ich natürlich hier an geeigneter stelle auch auch zeigen ja was ist zu den neuen figuren zu sagen es ist dasselbe in grün aber für den fällen natürlich genau das richtige die karte ist eigentlich vom vom cover her identisch wie die original 80er jahre karten man hat auch hinten zu den jeweiligen zu jeweiligen aktuellen wave einige infos der figuren drauf in jeder figur ist und das ist das schöne wieder ein mini comic beigepackt mini comics das war damals ein vertrieb weg nenne ich der vertrieb weg zu einen weg den kindern zu erklären um was es eigentlich ging das war noch bevor es die zeichentrick serie gab man hat also mini comics mit kleinen geschichten beigepackt das war am anfang auch ein kritikpunkt wo man mattel gefragt hat ja um was geht es den beiden figuren und dann kann man eigentlich auch ein bisschen in der not auf die idee kleine comics beizupackt wo man die geschichte und diese welt erklärt jetzt haben wir hier im moment deutsche packung das sind vier packungen für den europäischen markt sage ich jetzt mal und diese mini comics die haben keine sprechblasen drin das sind einfach die comics mit den bildern ohne text im gegensatz zu us-amerikanischen karten die genau gleich aussehen dort haben sie noch new for 20 und das mini comic ist dann das original in der us-amerikanischen karte mit sprechblasen lustigerweise haben wir jetzt hier auch schon solche karten also auch schon solche figuren bekommen mehr oder minder aus zufall ich habe mir sagen lassen eine lieferung die europa erreicht hatten die schlussendlich auch die schweiz erreicht hat und zum beispiel ein geschäft wie müller wäre gar nicht für hier bestimmt gewesen sondern sollte eigentlich weiter sollte nach indien oder wo auch immerhin ist aber hier hängen geblieben aus coronatechnischen gründen und wurde dann hier verteilt das heißt wir hatten jetzt in den läden zum teil ein mischmarsch zwischen europäischen karten und den us-amerikanischen wo natürlich eben das comic mit den sprechblasen drin ist das bleibt den fans natürlich nicht verborgen das wurde ziemlich schnell publik und dementsprechend waren diese figuren die 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 hier sind auch schon relativ schnell weg wahrscheinlich hat es noch irgendwo weiß ich jetzt nicht genau aber das war natürlich ein glücksfall für die fans hier die natürlich sonst in einem geschäft gar nie an eine us-amerikanische karte herankommen ja was kann man sonst zu den figuren sagen sie sind von meiner sicht aus sehr schön gearbeitet sie sehen auf den blick wirklich identisch aus wie die 80er jahre originale sie sind ein bisschen größer als die damaligen figuren man kann jetzt nicht sagen sie sind im scale ein oder zwei stufen größer sind ein bisschen größer sie sind von der art und weise genau gleich aber natürlich mit den heutigen mitteln etwas feiner gearbeitet es ist auch eine andere art kunststoff der 80er jahre kunststoff waren bisschen welche sagen härter und glänzte grundsätzlich etwas mehr hier haben wir eher matten kunststoff und auch von der malung her unterscheiden sich natürlich die figuren es ist auch feiner hier auch schiera mit den farben und den verschiedenen stoffteilen auch übrigens gut zum vergleichen ist roboto wenn man den mit dem 80er jahre original vergleicht wie der helm zum beispiel beispiel gearbeitet ist oder auch hier die zahnräder es ist dasselbe man kann sagen halt mit der heutigen technik der ein bisschen anders ist als noch in den 80er jahren mit den möglichkeiten von den verschiedenen kunststoffen wurde hier sehr schön gearbeitet und es kommt wirklich dieses masters of universe feeling zurück damals in der 80er als kind diese figuren zu haben wie gesagt wir haben diese classic line und die ist super ich liebe die und ich sammle die ich habe castle grafisch habe jetzt eben auch snake mountain bekommen und alle figuren und da ist gar nichts zu sagen dass aber weil es halt den approach hat und auch von der preis leistung her dass wir hier den erwachsenen ansprechen wird auch nie anders damit umgegangen und hier haben wirklich spielzeug meine diese figuren kosten 18 franken da kauft man sich auch mal zehn stück und 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 ist bei 180 franken das gibt bei der classic line nicht mal vier figuren das gibt dreieinhalb figuren und ist ein unterschied da kann man sich auch locker mal zwei kaufen um eine auszupacken die andere zu zu behalten und das mache ich jetzt ich nehme jetzt hier mürmann und packt den mal aus und zu schauen wie das ganze gearbeitet ist jetzt sind wir gerade dabei ich habe gesagt im april kommt castle grayskull jetzt kommt als nächstes zuerst noch kommt neben dem skyslet den ich vorhin schon erwähnt habe kommt jetzt als nächstes vehicle kommt der landschark ist in diversen geschäften schon zu haben werde ich dann hier noch was werde ich dann hier natürlich auch vorstellen so jetzt sehen wir das also so die karte wir nehmen es dann weg und das ist jetzt mehr man wunderbar hier ist es das mini comic drin und tatsächlich wie gesagt ohne sprechblasen einfach die bilder ich wiederhose gerne noch mal auf der us amerikanischen karte ist dasselbe comic mit sprechblasen man hat sich da einfach oder wollte sich nicht die mühe machen das jetzt noch auf deutsch oder auf französisch oder wie auch immer zu übersetzen sondern einfach amerikanisch und für den europäischen markt ohne sprechblasen ich hätte da noch einen tipp für mattel also es gibt doch hier etliche leute wenn nicht gar viele die der englischen sprache mächtig sind also ich komme wenn man sich den aufwand nicht machen will verschiedene übersetzungen wenn man sich das nicht leisten kann dann frage ich mich lohnt sich der aufwand eine version ohne sprechblasen zu machen das ist ja auch aufwand was dann extra wegzulassen ich würde sagen nein natürlich nicht ich meine wir kaufen uns hier zum teil auch englische comics wir schauen film und serien auf englisch ich glaube da mattel in amerika noch nicht ganz vergriffen dass wir ihrer sprache mächtig sind also packt doch einfach die original comics bei also es ist grundsätzlich ihr müsst ihr auf von mir aus gesehen müsst ihr auch nicht verschiedene karten machen sondern gibt eine karte raus und gutes aber soll es okay wir haben die figur hier mehr man die ist jetzt auch super easy eingepackt nämlich mit diesen elastischen gummis und wenn man zwei durchschnitt dann kann man ihn eigentlich schon rausnehmen so so sieht er aus dass ich jetzt toll die mich kennen wissen ich arbeite mit green screen das heißt ich habe jetzt genau mehr man ausgepackt der grüne das wird dann ein bisschen schwierig der pulse production merke ich jetzt gerade naja was soll es wenn ihr seht dann habe ich sie irgendwie geschafft wie weiß ich jetzt auch noch nicht vielleicht schaffe ich es einfach wenn er hier so bleibt also was die alten figuren natürlich nicht hatten was diese haben sie haben kniegelenke sie haben armgelenke das hatten die alten nicht ich habe jetzt aber auch schon sagen lassen dass es von der produktion her bisschen unterschiede gibt auch diesen hier dann habe ich auch schon zweimal da hat es unterschiede in der bemalung im gesicht gegeben da hat man bei dieser version zwischen zwei stellen schlichtweg die farbe vergessen die beim anderen modell drauf ist man sieht unterschiede wo tief die die augen hingekommen sind also die augen sind ja einerseits figuren technische modelliert und dann kommt der druck drauf da hat man auch schon unterschiede gesehen also wenn ihr mehrere figuren wenn ihr mehrere figuren zur auswahl habt im geschäft guckt sie euch genau an welche haben wollt es gibt da natürlich durch die massenproduktion bedingt unterschiede wir haben hier gelenke ich habe mir auch schon sagen lassen also es gab auch schon bekannte ich glaube in den usa wo die gelenke abgebrochen sind ich sehe auch es geht jetzt hier nicht so einfach wie ich mir gedacht habe also vorsichtig beim beim ersten mal bewegen nicht dass sie die figur gleich zerstört aber das fühlt sich alles ganz ganz gut an sehr viel art artikulations möglichkeit natürlich jetzt viel mehr als bei den originalfiguren auch der kopf der kopf ist hart wir erinnern uns die köpfe bei den originalfiguren die waren weite konnte man zum teil zusammendrücken der hieß tat der kann sich dann wunderbar bewegen mehrmann als beispiel einer dieser neuen figuren ja wie gesagt 18 franken zwischen 18 und 20 franken ist ist die preisempfehlung dabei wie gesagt die meisten bieten für 18 oder 19 franken an panthor und battlecats sind wohl bei 30 franken etwa die feikel wie landshark weiß ich jetzt noch nicht genau die würde ich wahrscheinlich auch zwischen 30 und 40 franken irgendwo dort in diese in diese range reinbringen und castle greyskull wie gesagt bereits angekündigt für um die 110 franken natürlich dürfen wir hier mehrmals schwert nicht vergessen ich reiße das hier mal auf damit wir das auch noch sehen dass er gut sein altes schwert bekommen hat und dann können wir eigentlich schon loslegen mit dem spiel bei der power of grace karl heißt es wir sind zurück martelli zurück mit einer wunderbaren idee mehr man geht man schlafen die wunderbare idee ist natürlich auch väter und ihre kinder also ja väter und mütter und ihre kinder entschuldigung zu vereinen die wachsen werden angesprochen aus ihrer kindheit heraus und sind eigentlich angestachelt von mattel dazu jetzt ihren kindern das zu zeigen zu sagen hey das kann ich kenne ich von früher mit dem habe ich gespielt habt ihr auch so spaß daran kommt wir machen hier mal eine schlacht rund um itonia ja liebe leute das wäre es gewesen masters universe origins mit comics deutsche karte amerikanische karte merman alles gesagt ich halte euch auf dem laufenden es bleibt spannend es bleibt ein spannendes jahr gerade was masters anbelangt bin ich sehr froh da tut sich wieder was in diesem sinne bis bald habt euch sorge tragt sorge zu euch wollte ich sagen bleibt gesund und wir sehen uns wenn es wieder heißt holy plastic die sendung rund um actionfiguren action toys alles wasser sammler herz begeht bis dann tschüss und das habe ich heute für euch denn da und da mache ich nochmal masters of the universe ein hammer die neue serie die neue serie die linie ja das sammlerherz begehrt sich auch dieses schaut was ich euch 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 Vielen Dank.